Grüß euch miteinander, mein Name ist Briss Kavanner. Ich leite seit 16 Jahren hier unser Dorfläden. Bei uns gibt es alles, was es braucht. Gemüse, Brot, Milch, Kirob. Seit vor 10 Jahren eben Post zugemacht, habe ich auch noch Postaufgaben übernommen. Und jetzt eben, seit die Schweizer Armee so muss sparen, übernehme ich auch noch Aufgaben für das Militär. Füße Liya Schädler, melde mich an. Grüß euch, was darf sie? Einbräuchte 4 Pfund Handgranaten, 50 Schuss für das Sturmgewehr, 2 Ersatzraupen für den Schützerpanzer, ein Rauchbrot, ein Möderli Anken und 200 g Teilsitter vom Rezenten, bitte schön. Gerne. Bei den Handgranaten freilandhaltig oder normal? Freilandhaltig. Das sind die Besten. Darf es noch etwas mehr sein? Gerne noch. Ein Gipfel und ein Käfer. Mit Schuss? Gerne. Ab und zu ist es etwas verwirrend, dass man so verschiedene Institutionen vertreten muss. Also die Post, Armee, Käslädelein. Aber wenigstens bleibt man flexibel und fit. Entschuldigung, wo sind die Tarnanzüge? Findet sie nicht? Sehr gut. Das ist ja die Idee. Und die Grenadinesirup ist gerade hinten bei den Getränken. Grönadiersirup, nicht Grenadinesirup. Post, Armee, das ist nicht alles. Nein, wir müssen reinigen. Und seit der Spitalbank rot gegangen ist, mache ich hinten im Räumen Ultraschall und Röntgenuntersuchungen, Tierchen einschläfern, Kinder tauchen und Impfungen mache ich auch. Was, jetzt hat sich Berset schon wieder verflogen? Nein, nein, ist gut, übernimm. Roger, bravo, Alpha, da ist Wanner, Priska, Dorfläderli Kästecken. Herr Berset, gehört damit. Koordinaten für eine Schwarzballsee, 99,1,28. Bitte korrigieren, und erst am Sinkrufe bereit machen. Und hört, wir haben gerade Aktion auf Gnagi und Stützstrümpfe. Feinds und Lustiges aus der Region, für die Region. Over, out. Aber eben, man muss da ja auch noch aufpassen. Wegen der Neutralität dürfen wir gewisse Sachen aus dem Sortiment nicht mehr alle rausgeben. Ja, dann muss man eben bereit sein wie ein Heftchenmacher. Carlo, ein Raketenabwehrsystem, 200 Schuss und eine Flasche Vodka. Achso, Wollomi, das nächste Mal gibst dir ein wenig mehr Mühe. Hier, kannst du ein Schokodrink haben? Und ich gebe dir auch noch gratis ein Rädchen Wurst dazu. Seid an. Seid schon gross zu Hause, du Schlingel. Ah, und hier, noch ein Apfel. Einen Granatapfel. Untertitelung. Vielen Dank.